Ich glaube, ich stehe im Wald. Guten Morgen Leitz, heute gucken wir uns ein altes Militärgelände an, riesengroß, und zwar ist es die Area 1, zwischen Schönau und Ludwigswinkel sozusagen, und ich bin schon richtig gespannt, da alles so ein bisschen zu entdecken. Die ist freizugängig, also das darf man sich auch gucken, ist jetzt nicht top secret, ja, und das Ganze gucken wir uns jetzt mal an. Viel Spaß, Freunde! Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.